Das ganze Dingeln hier, äh, ist, ne, und ist stabil und innen und so. Deswegen müssen wir hier immer wieder ausgleichen, sonst fällt uns das Ganze irgendwann in irgendeine Richtung, wo wir das aber gar nicht haben wollten. Und ich möchte natürlich gleichzeitig versuchen, hier nach oben zu arbeiten. Deswegen machen wir das mal fest. So, und so, und dazwischen, sehr schön. Und dann können wir nach der Rechtsarbeitern. Oh oh, das war schon zu weit nach rechts. Nein! Und ich habe hier keinerlei, äh, Fliegen. Das heißt, erneut werden wir dieses Level besuchen. Und erneut werde ich dieses Level versuchen. Besuchen und versuchen. Wir müssen uns auf beiden Seiten relativ gleichmäßig aufbauen. In der Mitte nach oben arbeiten, bringt nicht wirklich viel. Weil wir müssen, wir müssen ja zwangsweise ein bisschen nach rechts. So, und so. Bauen wir uns was Schönes zusammen. Eventuell sogar irgendwas, was hält. Na, das sieht doch klasse aus. Schon wieder eine Rakete. Können wir die jetzt starten? Wiu! Anscheinend nicht. Hm. Kommt mal rüber, meine kleinen Gruß. Ihr bringt das Ganze immer in Ungleichgewicht. Das finde ich nervig. So. Sammelt euch mal hier unten. Das ist ein bisschen besser. Wir müssen nur die vier Schwarzen sammeln. Dann ist alles gut. Mehr muss ich erstmal nicht schaffen. Geschafft. Geschafft. Komm, halte. Du hältst. Ja. Oh, ist das toll. Es funktioniert. Es funktioniert alles so wie es soll. Komm. Die letzten zwei, drei da noch rein. Moppa-mai-denk. Continue. Vier gesammelt sollten wir. Zwölf haben wir uns geholt. Acht Stück dazu. Das ist doch wieder wunderbar. Ich kriege sogar meine nicht unbedingt Lieblingsaufgaben hin. Das finde ich klasse. Moms Computer. Willkommen daheim. Ah, wir sind bei Mom. Mami. Games? Iiih. Kann Games machen. Und ich kann Applikationen entstehen lassen. Oh, ist ja schön. Und wir sollen die Guste nach da oben bringen. Hm. Nach da oben. Nach da oben. Irgendwo da oben ist es versteckt. Wie machen wir das denn am besten? Hm. Erstmal muss ich euch hier aus dem Fenster rauskriegen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Oder muss ich die überhaupt nach oben bringen? Hm. Wir werden sehen. Ah. Stürzt mein ganzes Gebilde ein. Diese Sauköppe von Gu hier. Ich bringe einfach mein ganzes Gebilde zum Einsturz. Na komm. Na komm. Ja, ich weiß. Du willst dich wieder aufrichten. Ich weiß auch, dass du das kannst. Schaffst das. Na komm. Ja, fein. Hast du das gemacht. Ah. Ich glaube nicht, dass wir mit denen irgendwie hier hochgekommen wären. Dann versuchen wir erstmal was anderes. Nämlich uns hier nach oben zu arbeiten. Ganz weit nach oben. Noch viel weiter nach oben. Wir können eigentlich auch nur Applikationen nehmen. Ein Schild. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin zu hoch gekommen. Und jetzt bin ich hier. Was ist das? Wo ist das? Etwas über der Tastleiste? Jenseits der Grenzen des Desktops? Kommen Fenster hier hin, wenn sie verkleinert werden? Wie hoch ist das denn noch? Der virtuelle Schildermaler fällt hoch. Ho, ho, ho. Hier oben gibt es neue Applikationen für uns. Das ist aber nett. Wir müssen nur aufpassen, dass das Ganze nicht umfällt. Nein, das Gerät in Schwanken. Nicht gut. Dann nehmen wir erstmal wieder ein paar Games. Und dann wieder ein paar Applikationen. Rechner haben wir hier. Und da haben wir noch einen Rechner. Link zu Mom. Wichtige Nachricht. Komm her. Gruß Mom. Ich bin unterwegs, Mami. Ich komme. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, das sieht, das sieht aber auch sehr gefährlich aus hier, das Ganze. Äh, es sieht nämlich ganz genau so aus, als würde das gleich einstürzen. Weg mit euch. So, alles nochmal abbauen. Denn man baut das so auf, wie ich das hier schon gemacht habe. Immer schön abwechselnd. Space Invaders. Äh, damit hier das Ganze nicht einsturzgefährdet wird. Äh, neue Games. Neue Games. Neue Applikation. Ich muss den Link zu Mom erreichen. Ich muss mich nach ganz oben arbeiten. Gebt mir ein neues Game. Ganz vorsichtig drauf machen. Ah, das sieht doch schon etwas stabiler aus, das Ganze. Eine neue Applikation. Einen neuen Taschenrechner. Nicht zu viel hin und her bewegen. Dann haut das auch schon irgendwie hin, das Ganze. Mami, ich komme. Da oben ist sie. Ja, ich bin noch unterwegs, Mami. Oh Gott, es schwankt schon wieder so hin und her. Warum? Nix mehr hier mit Schwanken. Feierabend. Aus. Hör auf zu schwanken. So, wenn ich jetzt da drauf drücke, dann bleibt das nämlich erstmal so kurz bestehen. Ich kann mir das noch so ein bisschen hin und her schieben, wie ich mir das brauche. Um hier nach oben zu Mami zu kommen. Mir fehlt nicht mehr viel. Komm schon, es haut hin. Nein, Mami. Ich darf nicht zu dir nach oben. Geht doch alle kaputt hier. Wir machen es jetzt ganz anders. Zack. Wir stapeln jetzt die Games aufeinander. Kommt man ja gleich doppelt so hoch. In der Hälfte der Zeit. Nein, nein, nein. Flieg doch weg. Böses Game. Ganz vorsichtig. Weil das ist natürlich jetzt auch etwas schwieriger, die so aufeinander zu stapeln. Da darf nichts schief gehen. Weil wenn jetzt was passiert, dann fällt ja alles um. Das will ich nicht. Mami, ich komme. Es ist nicht mehr weit zu dir. Na. So, das sieht doch gut aus. Aha. Nur mit Games schafft man das hier hoch. Na, man schafft es auch anders hoch. Aber ich mache das jetzt nur mit Games. Zack. Mami. Guck mal, wie nah ich dir schon bin, Mami. Und last but not least. Sind wir bei Mami angekommen. Aber anscheinend geht es noch irgendwie ein bisschen weiter nach oben. Wie weit nach oben denn? Ich habe das gar nicht mehr so weit nach oben in Erinnerung. Egal. Hauen wir halt eben noch ein paar Sachen drauf. Ist doch kein Ding, Mami. Oh. Oben ist immer noch nicht Feierabend. Hm. Noch ein Game. Noch ganz viele Games. Unendlich viele Games kommen hier drauf. Oh oh. Chilled. Hi, Mom. Are you there? Bist du da? The Sign Painter. Mami, bist du da? Ich komme. Wir haben es fast geschafft. Das dazwischen war nur eine... Oh oh. Wow. Das war knapp. Da habe ich zu früh losgelassen. Das war hier nur... Das sind Zwischennachrichten. Mit wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das sieht aber auch schon leicht schräg aus, das Ganze. Nein. Nein. Wir wären fast ganz oben gewesen. Och, Menno. Dann machen wir jetzt die sicherste Bauweise. Genau. Indem wir alte wieder wegschieben und dann neue draufpacken. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Grundgerüst hier. Womit wir arbeiten können. Mami, ich schaffe das heute noch zu dir. Ja, das wird wie... Wie will Silvester und Weihnachten zusammen, wenn wir bei dir oben angekommen sind. Irgendwann mal. Na. Sollte eigentlich relativ gut halten. Das Ganze hier. So. Auch wenn es jetzt nur dreiviertel Stunde länger dauert. Eventuell beschleunige ich das Video auch an der Stelle. Ich will doch nur hoch zu meiner Mami. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was wir uns hier bauen. Und es schwankt so ewig, ewig hin und her. Das ist nicht gut. Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich da fast ganz oben bin, ja? Gut. Bis gleich. So. Ich habe das Level nochmal neu gestartet und habe mich nochmal schlau gemacht, wie das denn ging. Weil ich es nicht mehr richtig im Kopf habe. Und es ist eigentlich ganz, 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 ganz einfach. Aber wir waren doch schon beim Link zum Armen. Man sollte nur den Link mal drücken, wenn man auch gerade da dran gekommen ist. Das wäre vielleicht, äh, hilfreich. Aber nur eventuell. Also baue ich jetzt hier wieder mein Gamefenster auf. Weil ich das so schön finde. Oder mein Game, äh, Turm. Und auf geht's gleich zur Mami. Wir sind gleich bei dir. Ask Mom Beta. Wer bist du? Riecht das nach Cookies? Hilfe. Äh, wer bist du? Willkommen daheim. Ich bin Mom. Automatische Suchmaschinenhilfe. Was willst du Mom heute fragen?